Die Qual der Wahl. Niemand verlangt, dass Sie sich Aufnahmeequipment für 2000 Euro zulegen. Mein Rat, seien Sie dennoch nicht zu sparsam in Sachen Mikro und Headset. Warum? 1. Bei guten Headsets oder Hörsprechgarnituren gibt es keine störenden Nebengeräusche oder technischen Brummtöne. Besonders die Qualität des Mikros ist entscheidend für die Qualität der Aufnahme. Wenn Sie also in ein gutes Produkt investieren, kommt Ihre Stimme einfach besser an. 2. Qualität hält länger. Schließlich wollen Sie nicht etwas kaufen, das nach zwei Monaten den Geist aufgibt, oder? 3. Tragekomfort. Gerade wenn Sie mit italk24 täglich E-Mails sprechen, Xing-Nachrichten und Kontaktanfragen beantworten, vielleicht noch Ihre Akquise mit Sprachnachrichten aufpeppen, dann sollen Sie sich unbedingt wohlfühlen dabei. Ein ergonomisch geformtes und bequem sitzendes Headset ist daher Gold wert. 4. Nerv, Stöhnen, Ächts Haben Sie auch schon mal eine ellenlange, womöglich noch monoton dahergesprochene Sprachnachricht bekommen? Dann haben Sie auch die leidige Erfahrung gemacht, wie schnell sich die positive Wirkung von Sprachnachrichten ins absolute Gegenteil verkehren kann. Leider gehören Bandwurm-Sprachnachrichten immer noch zu den am häufigsten gemachten Fehlern bei der Benutzung von italk24. Siebeneinhalb Minuten Nachrichten? Ein absolutes No-Go. Denn überlegen Sie sich einmal, welches ist die wichtigste Ressource, die wir haben? Zeit Indem Sie nun endlos lange Sprachnachrichten schicken, rauben Sie Ihrem Gegenüber genau diese wertvolle Zeit. Ja, Sie nötigen ihn regelrecht, Ihnen sieben Minuten bis zum bitteren Ende zuzuhören. Das kann nicht in Ihrem Interesse sein. Wenn Sie also Ihre Kommunikationspartner nicht verprellen wollen, dann seien Sie bitte kein Zeitparasit und verschicken bitte keine Bandwurm-Nachrichten. Eine Sprachnachricht sollte im Idealfall eine Minute, im Ausnahmefall zwei Minuten lang sein. Wie Sie das hinbekommen? Ganz einfach. Überlegen Sie sich noch, bevor Sie auf den Aufnahmebutton klicken, was genau Sie sagen wollen. Bauen Sie sich in Gedanken ein rhetorisches Gerüst, an dem Sie sich entlanghangeln können. Das könnte zum Beispiel so aussehen. Hallo Frau Schmidt, zum einen möchte ich Ihnen sagen, zum anderen ist noch wichtig, Lassen Sie uns einfach nächste Woche noch einmal telefonieren. So schaffen Sie es, die wesentlichen Dinge kurz und knackig auf den Punkt zu bringen. Probieren Sie es einfach aus. Was beim Singen unter der Dusche wahre Wunder bewirkt, ist für Sprachaufnahmen eher ungünstig. Natürlich geht es nicht darum, Ihre Sprachnachrichten in einem schalltoten Raum aufzuzeichnen. Schließlich wollen Sie weder ein akustisches Experiment wagen, noch eine TV-Doku einsprechen. Dennoch, damit Ihre Stimme in Sprachnachrichten angenehm rüberkommt, lohnt es sich, Ihren Arbeitsraum sprechfreundlich zu gestalten. Das geht bereits mit ganz einfachen Mitteln. Wie Sie wissen, je leerer der Raum, desto mehr Schall. Richten Sie Ihr Büro deshalb so ein, dass der Schall geschluckt wird. Ideal sind Möbel, Teppiche, Zimmerpflanzen, Kleiderständer, Vorhänge. Außerdem schmatzende Kollegen oder fluchende Familienmitglieder im Hintergrund können die Hörer Ihre Sprachnachrichten schnell irritieren. Wenn Sie italk24 benutzen, so sorgen Sie also dafür, dass Sie ungestört sind. So können Sie sich auch noch besser auf Ihren Gesprächspartner und das, was Sie ihm sagen wollen, konzentrieren. Oftmals bekomme ich Sprachnachrichten, die stark einem Anrufbeantworterspruch ähneln. Ein typischer Anfängerfehler. Sie brauchen weder explizit Ihren Namen zu nennen, wie hier spricht Sven Janssen, noch zu betonen, dass Sie eine Nachricht hinterlassen. Ich erreiche Sie nicht, deswegen hier diese Nachricht. Auch tut es nicht Not, am Ende Ihre Nachricht E-Mail oder Telefonnummer anzugeben, schließlich stehen Ihre Kontaktdaten auf Ihrer Sprachnachrichtenseite. Wenn Sie all das beachten, verschwenden Sie keine Zeit für Nebensächliches, sondern können direkt das sagen, was gesagt werden muss. Kurz und bündig. Womöglich kennen Sie das noch von Vorträgen aus der Schulzeit. Der unbeholfene Schlusssatz, äh, das war's. Selbst Bundestagsabgeordnete schließen Ihre Reden oft mit der ungelenken Floskel, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Was für Vortrag und Rede gilt, gilt genauso für Sprachnachrichten. Setzen Sie einen Schlusspunkt. Vermeiden Sie leere, nichtssagende Wendungen wie, okay, das war's, bis später. Oder, oh, ich sehe, ich habe schon vier Minuten geredet, ich mache mal Schluss für heute. Oder, tschüss und wer weiß, bis bald mal. Solche Wagenformulierungen wirken blass und unentschlossen. Machen Sie in Ihren Sprachnachrichten Nägel mit Köpfen. Sehr gut klappt das erfahrungsgemäß mit einer konkreten Handlungsaufforderung. Bitte rufen Sie mich an, damit wir die Details besprechen können. Ich bin bis 17 Uhr gut erreichbar. Bis dahin, alles Gute, Heribert Moser. Noch günstiger ist eine Handlungsaufforderung mit Alternativen. Zum Beispiel, wenn das interessant für Sie klingt, so lassen Sie uns doch einfach mal telefonieren. Ich habe Zeit am kommenden Dienstag oder Donnerstag, jeweils zwischen 12 und 14 Uhr. Welcher Tag passt Ihnen am besten? Ich freue mich auf Ihre Antwort. Bis dahin, alles Liebe, Ihre Susi Meier. Merken Sie was? Solche konkreten Schlussformulierungen wirken nicht nur rhetorisch gut, sondern bringen Ihre Kommunikation auch wirklich voran. Und genau davon profitieren Sie. Sehr geschätzter Herr Hansmann, lassen Sie mich Ihnen an dieser Stelle erstmal einen schönen Tag wünschen. Nach Rücksprache mit unserer Geschäftsleitung kann ich Ihre Fragen zu unserem Angebot vom 1.3. Wie folgt beantworten. Die Lieferbedingungen wird auf frei Haus geändert. Die Lieferzeit für die Reflektoren beträgt vier Wochen nach Eingang ihrer Bestellung. Die Lieferung wird wunschgemäß von der Spedition Damen ausgeführt. Ich hoffe, die von Ihnen angesprochenen Punkte wurden zu Ihrer Zufriedenheit geändert. Und ich freue mich auf unsere zukünftige Geschäftsbeziehung. Bitte sind Sie so nett und kontaktieren mich bei anfallenden Fragen. Das geänderte Angebot senden wir wunschgemäß per Post zusätzlich an Ihren Direktor, Herrn Stauder. Mit freundlichen Grüßen, Manfred Schütte.